Eine Besonderheit bei dieser 15-minütigen Powernap ist die Hintergrundmusik, die deine Chakren aktiviert. Hey, ich bin Matthias Schwemm, Selbstbewusstmacher seit über 22 Jahren. Und wenn du diese Powernap lieber mit einer anderen Hintergrundmusik haben möchtest oder ohne Hintergrundmusik, länger, kürzer oder mit anderen Themen oder auf der Suche nach anderen draußen Hypnosenmeditationen Powernaps bist, dann geh mal auf schlafquickie.de, denn da findest du den vielleicht professionellsten draußen Hypnose Meditations Powernap-Finder. Außerdem schenke ich dir da im Moment den Zugang zu einem Online-Training, was dich ganz schnell in die Lage versetzt, draußen Hypnosenmeditationen Powernaps vom Fleck weg hochprofessionell einsetzen zu können. Und zwar ganz egal, woher diese draußen Meditationen Hypnosen Powernaps stammen. Und im Moment schenke ich dir meine erfolgreichste Powernap zum Download mit dazu. So, dass du auch dann, wenn du gerade keinen Internetzugang hast, sofort in deine Tiefenentspannung einsteigen kannst. Und auch dieser Gratis-Download, der geht über schlafquickie.de. Damit du in Zukunft direkt in deine Powernap einsteigen kannst, sprich dieses Intro hier überspringen kannst, findest du in der Videobeschreibung unter diesem Video deinen Schnellstart-Link. Zeig mir bitte mit deinem Daumen hoch, dass dir dieser Schlafquickie hier gefällt. Abonniere am besten jetzt gleich meinen Kanal und klick dabei auf das Glockensymbol, damit du keine Powernap verpasst. Und jetzt viel Spaß bei deiner chakrenaktivierenden 15 Minuten Powernap. Bis dahin, ich bin Matthias Schwemm. Du weißt, dass du mit aufgeladenen Akkus wieder leistungsfähiger sein wirst. Lass einfach los. Gedanken, die dich beschäftigen, kannst du beispielsweise mit einem magischen Stift auf eine schöne Wolke schreiben und ziehen lassen. Sollte dich etwas festhalten oder belasten, kannst du dir ganz einfach vorstellen, dass du für wenige Minuten sozusagen unsichtbar und unberührbar für alles andere sein wirst. Was dich festhält, greift damit ins Leere. Was auf deinen Schultern lastet, fällt zu Boden. Automatisch. Ganz. Von alleine. Einfach. Loslassen. Deinen Körper. Atmen. Lassen. Ja. Einfach. Wunderbar. Wunderbar. Einfach. Lass auch deine Ohren ruhen. Dein Gehör ruhen. Deine Augen dürfen sich entspannen. Deine Augen decken. Alle Muskeln in deinem Gesicht. Alles darf sich entspannen. Alles darf sich entspannen. Einfach loslassen. Jeder Muskel, den du gerade nicht brauchst, darf sich vollständig entspannen. So können sich deine Akkus gut laden. Einfach. Deinen Körper atmen lassen. Neue Kraft tanken lassen. Neue Kraft tanken lassen. Neue Kraft tanken lassen. Neue Kraft tanken lassen. Jetzt. Ganz. In dir. Ruhen. Vielleicht sogar das Gefühl des Schwebens haben. In vollkommener Sicherheit dich ganz geborgen fühlen, getragen von dem, was alle trägt. Wie herrlich. Dieses Loslassen. Dieses Entspannen. Einfach so. Einfach. So einfach sein. Vielleicht mit einem Lächeln. Auf deinen Lippen. Vielleicht mit einem Strahlen in deinem Gesicht oder einem inneren Lächeln. Ganz gleich du gehörst dir. Dein Körper gehört dir. Dir. Deine Energien gehören dir. Du darfst ganz und gar in deinem Körper ruhen. Ausruhen. Ausruhen. Ganz bei dir sein. Ganz bei dir sein. Ob du meine Stimme hörst oder deinen Gedanken folgst oder ganz woanders bist. Herrliche Entspannung. Einfach. Einfach. Sein. Du bist. Ruhe. in ein. Gelassenheit. In einer Oase der Entspannung. Erfrischung Vielleicht sogar ein wenig wie neu geboren. Einfach ziehen lassen. Alles ziehen lassen. Du schaust der Karawane nach. Die Gelassen. Ihren Weg geht entspannt. Wie im Traum oder ist es jetzt? Eine Fata Morgana. Eine Luftspiegelung. Ganz gleich. Entspannung. Ruhe. Wie ein Mini Wellness Urlaub. Am sichersten Ort. Auf der ganzen Welt. In deinem Körper kannst du ruhen. Kannst du dich ausruhen. Kannst du dich sicher fühlen. Können sich deine Zellen ganz. Von alleine. Mit frischer Energie versorgen. Und deine Akkus aufladen. Entspannung tanken. Alles andere ziehen lassen. Gelassen. Einfach gehen lassen. Ziehen lassen. Ziehen lassen. Ziehen lassen. Los. Lassen. Los. Lassen. Los. Lassen. Los. Lassen. So. Und nun kommst du wieder in die Gegenwart zurück. Deine Akkus sind neu geladen. Die Kraftwerke in deinen Zellen fahren wieder in die passende Höhe. Spüre deine Energie. Und du bist wieder voll und ganz im Hier und Jetzt, Jetzt. Mit jeder Wiederholung dieser Powernap-Selbsthypnose wird dein Körper tendenziell noch tiefer und noch schneller eintauchen können in diese Tiefenerholung. Viel Spaß dabei wünscht dir Matthias Schwemm. Die Kraftwerke in deinen Zellen fahren. Die Kraftwerke in deinen Zellen fahren. Die Kraftwerke in jeden Four- 말을 ver Crownsthypnose heute hơn. Die Kraftwerke in deinen Zellen fahren. Klaszer. Untertitelung des ZDF, 2020